Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania Gothic 4. Ich weiß, ich habe hier das letzte Mal nicht aufgehört, aber das Spiel hatte sich ja irgendwie... Naja, aufgehängt nicht, aber es ging ja nicht mehr weiter durch diesen Bug. Deswegen... und ich hatte ja davon nicht gespeichert, deswegen bin ich jetzt gerade wieder hier. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre ich zurückgelaufen zur... ähm... zu Dings, zur Taverne und hätte dann ab dort wieder aufgenommen. Aber ich habe mir gedacht, falls ich jetzt hier auf dem Weg zufällig... ähm... dieses... das Bein finde, wer ist denn das? Wow, 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 wow. Mach mal halblang, wer ist denn das? Ein Vagabund, okay. Ja, ich habe mir gedacht, falls ich jetzt hier zufällig das Holzbein finde, dann... Ja, wäre das doof, wenn das Ganze offscreen passiert, deswegen... habe ich, ähm... jetzt hier schon mal aufgenommen. Noch einen Wegelagerer, also... ja, okay, fast dasselbe. Mach ich den mal... glatt. So, mal gucken, was die so haben... Oh, ein Holzschild. Jetzt mal ein richtiges Schild hier. So, das ist auch um einiges besser... als mein bisheriges, aber Holzschild... ne. Äh, Quarz, Holzbein ist hier auch keins. Jetzt sind wir auch fast wieder da... bei der Taverne. Achso. Ich wollte jetzt die... ähm... Sprintruhne gerade einsetzen. Was ist das denn? Oh, ich hatte gedacht, der wäre irgendwie verletzt oder so, dieser... Goblin hier. Okay. Ja, dass das Holzbein jetzt hier ist, ist... sehr unwahrscheinlich, weil das hier... ist dann doch ziemlich weit weg... von da hinten. Also, ja, hier liegt es ja auch nirgends, das Holzbein. So. Oh, der fährt bestimmt da runter, wenn er stirbt. Wetten wir? Ja. Ha, ich konnte ihn trotzdem noch grad so... ähm... ausrauben. Gut. Nehme ich hier alles mit. Holzbein gab es keins. Und... Wow, wow, wow. Wieso leckt es denn jetzt? Dann reden wir noch einmal hier mit ihm. Was war das nochmal? Ah, ja, stimmt. Mit Lorne und er kann ihn nicht leiden, seitdem. Oder beziehungsweise er hat nicht mehr mit dem gesprochen. Seitdem er da sich dem Banditen da angeschlossen hat. Gut. Dann speichere ich jetzt mal nicht, dass das gleich wieder passiert. Mit Mordra da. Dass das wieder aufhängt. Ah, hier kommt Zyra. Die kennen wir jetzt schon. Und deswegen werde ich das ganze Gespräch hier jetzt mal überspringen. Ähm... Ja, weil wir das ja alles schon kennen aus meinem letzten Video. Dort kann ich vielleicht etwas über den Tempel herausfinden. Na, dann musst du dir überlegen, wie du an den Räubern vorbeikommst. Sonst... Gut. Und jetzt mit Mordra reden. Hoffentlich geht es diesmal nicht wieder schief. Aha, da bist du ja wieder. Hast du den Med? Ich hab den Med. Ah, diesmal geht es. Gut. Ach, du taugst was. Ähm... Sag mal, weißt du, wie ich über die Brücke komme? Nimm ein Festchen Med, geh zu den Wachen am Eingang des Räuberlagers und frag, ob sie dich durchlassen. Du meinst, das klappt? Nein, aber sie knöpfen dir den Med ab und trinken ihn selbst. Vorher präparierst du ihn mit Eisenpilzen. Das macht sie willenlos. So überrumpelst du Dardan und die Brücke ist frei. Klingt gut. Bist du dabei? Ähm... Hm. Was für eine Wirkung haben Eisenpilze? Die machen dich willenlos und du tust, was man dir sagt. Zum Beispiel ein Tor öffnen? Genau. Ich frag dir mal nach den Booten. Du hast doch die Boote der Fischer verkauft. Warum eigentlich? Das geht dich nichts an. Komm schon, Mordra. Ich sitze hier fest. Da kannst du mir doch wenigstens verraten, warum. Die Fischer waren im Krieg und ich hab ihren Frauen Essen gegeben. Zum später zahlen. Wollt nur die Boote als Sicherheit, falls die Männer sterben im Krieg. Die Frauen waren einverstanden. Dann kam einer aus dem Trupp der Fischer. Dass sie tot sind, hat er gesagt. Da hab ich die Boote verkauft. Rechtmäßig. So, wie's abgemacht war. Warum hast du nicht abgewartet, bevor du die Boote verkauft hast? Tod ist tot. Was soll man da warten? Ich würd mir gerne deine Waren anschauen. Ich verkaufe ihr hier mein Zeug. Das hier brauche ich alles nicht. Die Armstriegen hier brauche ich auch nicht. Sonnenbeere, Wildschweinhau. Ah ne, Thymian behalte ich. Die verkaufe ich aber. So, Fernkampfwaffen. Feuerpfeil. Ne, komm. Den alten Bogen kann ich auch wegschmeißen. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Ziemlich guter Trank. Brot. Komm, Brot. Machen wir weg. Und Karotten. Gut. Ah, Schriftstücke. Hm. Ne. Ne. Ah, die hier. Die brauche ich ja nicht mehr. Die habe ich ja selbst schon gelesen. Und das auch. Und das auch. Ah ne, das nicht, glaube ich. Dann kaufe ich mir jetzt, genau, noch zwei Heiltrinke. Oder geringe Heiltrinke, wie sie heißen. Ähm, ich speichere jetzt zuerst einmal. Und ich probiere das jetzt mal mit dem Mäht. Was willst du? Vielleicht klappt's ja. Das wäre eine super Sache. Lass uns den Trick mit dem Mäht ausprobieren. Gut. Ein Fässchen Mäht hast du mir ja schon besorgt. Von Garf. Jetzt musst du mir nur noch drei Eisenpilze bringen. Dann zeigen wir's den Halunken, den Elenden. Wo finde ich Eisenpilze? Geh in die alte Mine. Im Süden der gespaltenen Jungfrau. Dort wachsen welche. Wer ist denn Digga? Wo finde ich Digga? Geh einfach zum Eingang der alten Mine. Dort wird er sein. Ich hatte doch gar nichts von dem erzählt. Sollte ich sonst noch was wissen? Jetzt wo du fragst. Der Eingang zur alten Mine ist eingestürzt. Vor ein paar Jahren schon. Na super. Du musst dir was einfallen lassen, wenn du rein willst. Aber vielleicht brauchst du's auch gar nicht. Und Digga hat den Eingang zur Mine schon freigeräumt. Redet seit Wochen davon, dass er sie wieder öffnen will. Die alte Mine. Wer ist Digga? Ein Einsiedler. Ein Kauziger. Lebt in einem Stollen im Eberstein wie ein Tier. Früher hat er in der Mine gearbeitet. Als der Eingang eingestürzt ist, lag er zwei Tage unter dem Geröll. Hat ihm den Verstand vernebelt. Dem Hund. Dem Armen. Gut. Gehen wir mal zu Digga. Zyra steht noch hier. Du schuldest mir noch ein Bier. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Was ist das? Ah. Da kommt Licht rein. Okay. Gut. Im Süden hat sie gemeint. Also müssen wir schon wieder hier runter rennen. Was? Oh, kann man mit ihm wieder reden? Hab gehört, dass du Mead besorgt hast. Da können wir endlich wieder was Vernünftiges trinken. Den ersten Becher widme ich dir, versprochen. Aha. Okay. Ähm. Wo geht's jetzt genau zur alten Mine? Wo geht's denn hier lang? Steht da was? Ah, alte Mine. Oh. Das passt doch. Achso. Da muss ich wahrscheinlich jetzt links hoch. Davon gehe ich mal aus. Äh. Was steht auf dem Schild? Naja. Es bleibt ja nur dieser eine Weg. Von dem anderen bin ich ja hergekommen. Und da war die alte Mine nicht. Oh. Hier ist sie auch schon. Wo geht's da lang? Sieht man das? Ne. Sieht man nicht, wo es da lang geht. Steht aber bestimmt auf dem Schild. Südlicher Mineneingang. Aha. Aber hier ist doch ein Eingang zur Mine. Hm. Aber Digga ist nirgendwo zu sehen. Speichern wir einmal am besten. So. Da bin ich mal gespannt. Hier sind bestimmt irgendwelche Gegner. Welche Gegner auch immer. Da hinten habe ich doch gerade irgendwas laufen gesehen. Aber das könnte auch Digga gewesen sein. Vielleicht hat er sich hier schon eingelebt. Ja. Sieht ganz aus. Hier steht ja auch ein Bett und so. Ja. Da ist. Ah. Hier ist alles zu. Okay. Was treibst du hier? Ich schuft mich zu Tode mit der Spitzhacke hier. Wenn ich meinen Destillierkolben hätte, wäre alles einfacher. Ich würde ein Destillat herstellen und wusch, der Eingang zur Mine wäre frei. Wo ist dein Destillierkolben? In dem alten Stollen, in dem ich lebe. Da traue ich mich aber gerade nicht rein. Sind nämlich wilde Bestien drin in meinem Stollen. Ho, ho, da frage ich mich, würdest du dich trauen? Ich besorge dir deinen Destillierkolben. Tatsächlich? Das, äh, das ist wunderbar. Dann kann ich die Spitzhacke ja weglegen und warten, bis du wieder da bist. Wo finde ich deinen Stollen? Du musst wieder raus aus der Mine. Und dann dem Weg nach Süden folgen. Kannst meinen Stollen nicht verfehlen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020